One of a quid! Quest fertig! Yes! Hahaha! Mir scheißegal, ob ich tot bin, ihr kleinen Wichser! Fertig! Reicht! Ende im Gelände! Pistolen ab in den Mülleimer! So nämlich! So, auf geht's! Ab geht's, drei Tage wach! Oh, wir sind schon wieder hier! Ich geh nach links drüber! Komm! Okay, ich komm wieder zurück! Äh? Ich hab irgendwo irgendeine Quest abgeschlossen, weil ich Eilen abgeknallt hab! Okay! Blech ne Daily! Er hat ja alles dabei! Ich glaub, hier kommt noch einer! Ja, war ein Spieler, sorry! Aber du bist da ja schon wieder am Looten! Was heißt denn schon wieder, Junge? Der war Level 16! Oha! Hat auch ne schicke Schrotze! Oha! Hier ist nix gesehen! Ich geh mal durchs Bad! Am Ende ne Treppe ist das! Am anderen Ende? Ja! Ja! Ich bin im Bad! Läuft doch noch! Hier kommt was hier laufen! Gorn Metall! Ich bin hier unten! Ja! Da bist du! Alles gut! Ja! Ist noch was? Draußen oder was? Ja ja, ruhig! Draußen hängt der irgendwo! Lootet ihn fix! Lootet ihn fix! Halte! Hab ich mich verjagt, Junge! Ja! Herrlich, ne? Ja, ja! Akkurat nach dich selber! Heft Player wahrscheinlich! Heft Player wahrscheinlich! Ja! Zwei Spieler! Aber nur einer hat leider gezählt! Ist ja auch das Problem! Ja, das ist der Raum! Da kommt schon was hier laufen! Da kommt schon was hier laufen! Ach, die Herviebude! Ja, ich fixe den Scheiten hier! Schalt hier kurz die Leute da! Ab! Hier hinten zieht noch einer! So! Meine Güte! Hast du ihn? Jetzt ja! Was soll ich machen? Ich wusste ja nicht, ob es ein Spieler ist oder nicht, ey! Kannst du erschießen? Der hat ne Garage! Der hat auch die Pistol Quest! Hast du mir jetzt eigentlich meinen Doctag weggenommen? Oder ist es noch in dem Typen drin? Ne, ich hab beide! Brauchst du die? Naja, eins davon ist meins! Ja hier, pass auf! Denk ich bei denen hier unten hin! Der andere Typ da! Warum war da noch... War da noch ein Spieler? Ja! Wer hat den umgebracht? Ein Scaf oder was? Weiß ich nicht! Scheißegal! Team Murka! Ja, ein Scaf! Kannst du mich kurz, äh... Da vorne sagen... Schieß mir mal ins Bein bitte! Ja, ist kein Pain! Was brauch ich denn? Wie viel krieg ich Pain beim brechen, ne? Ja, mach mal nochmal ins Bein! Jetzt blute ich! Also auch immer noch kein Pain! Ja, ne, alles gut! Warte mal! Das wird nichts mit der Punition, die du drin hast! Scheiße! Doch, jetzt soll ich Pain! Jetzt hatte ich ganz kurz Pain, Alter! Oh da... Da ist kein Wind, Alter! Ja... Ich bin mal anders. Ich mache weiter. Schnell, was ich noch denn sanfte? Ich habe keine Ahnung, ob der gezählt hat, ich glaube wahrscheinlich nicht. leider nicht der eine hatte ich schon vorher mal kurz bein wieder da hast du es kämpft dafür brauche ich erstmal eine fraktur also Kopfhörer auf, aber kein Spieler, aber schön was das Aime hier mitbringt. Hinter dir ist ein Skaff hinterher gegangen. Hast du ihn? Ja. Hier vor einem Gang kommt da lang, wo wir lang kamen. Schwere Blutung. Hast du was? Ja, ich hab alles. Kommt noch was. Hinter uns. Ich hab kein Bein mehr. Also... Ich denke eher Keller, oder? Ne, ne, hier vorne an der Wand. Hab ihn. Aua, ich krieg von hinten Schüsse. Ja, ich hab zwei schwere Blutungen. Ich bin tot. 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 Ja, ich hör dich grad noch so. Aber er ist so laut. Diesen scheiß Gehuste. Hast du zu viel Schmerzpillen auftas? Halt doch mal die Klappe. Das hat doch gar nichts. Ne, du doch nicht. Junge, der Typ geht mir so auf den Zeiger. Ich bin tot. Ich bin tot. Wann doch die alle bei? So, wo waren die anderen Idioten hier? Ich muss kurz reingucken, dann gehe ich direkt raus. Meine Güte, ey. Dieses Geschnaufe. Junge, ist das laut. Eine richtige Mimose, der Typ. Eine richtige scheiß Mimose, Mann. Die 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 Die